Es ist ganz schön weit zu den Ursprüngen unserer Privatcafés. Guck mal, all diesen Kaffee, den baue ich für den African Blue an. Und das ist alles Handarbeit? Ja, das ist alles Handarbeit. Nur die Besten werden ausgesucht. Was macht den besonderen Geschmack aus? Das ist vulkanischer Boden und im Zusammenspiel mit der Äquator-Sonne entsteht das schöne Aroma. Und das alles aus nachhaltigem Anbau. Mit jedem Fund unserer nachhaltigen Privatcafés spenden Sie 10 Cent für unser Kinderprojekt in Guatemala. Über 650.000 Euro wurden bereits gespendet. Jedes Pfund jetzt für nur 4,99 Euro.